Viele Grüße aus Witzeran. Ich bin seit gestern Abend hier, habe im Kämpf übernachtet und bin heute seit dem 5. Morgen stiegen bei den Aktionen und Sitzblockaden dabei und erlebe hier Proteste, die friedlich sind, die kreativ sind, die bunten sind. Hunderte von Menschen, die hier darum kämpfen, dass die Klimaziele eingehalten werden, dass sie nicht den Profitinteressen von RWE geopfert werden. Indem Lütze-Rat abgebaggert wird. Mir ist wichtig zu sagen, die Linke steht an der Seite der Klimaschutzbewegung, weil Menschen wichtiger sind als Profite. In diesem Sinne Lützi bleiben. Wer so'n Scheiß redet, der glaubt noch ganz andere Sachen.